Wer ist eigentlich der Bundespräsident? Und woher kommt das Grundgesetz? Hab ich schon wieder eine Wahl verpackt? Und welch Partei vertritt mich jetzt? Jetzt! Hätte ich weiß nicht, wüsste ich nicht, was ich tun soll. Die geniale, phänomenale, bundeszentrale. Alles Gute, wir haben an euch gedacht. Alles Gute, 80 Jahren habt ihr viel geschafft. Alles Gute, habt uns vieles vereinfacht. Alles Gute, wünschst du hast die Macht. Du hast die Macht. Alles Gute, wünschst du hast die Macht.